Hier hatte ich einen Anblick, der meine Ästhetik beschädigt hat und gestört hat. Eine von oben bis unten verhüllte Frau. Ein menschlicher Pinguin. Eine Shadow-Verhüllte. Ich bitte Sie um Bewahrung der Menschenwürde. Auch dieser Mensch hat eine Menschenwürde. Ich bitte Sie um Würde, um mit diesen Menschen zu sprechen. Ja, ich bitte Sie darum. Ist es nicht würdevoll, wenn ich sage... Diese Beschreibung ist nicht würdevoll. Sie ist ein Mensch. Ich bitte Sie um Bewahrung der Menschenwürde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017